Ok So, dann kommen wir wieder zurück bei einer weiteren Folge Resident Evil. 2 Remastered Ich hab gar nicht mehr so auf dem Schirm was da eigentlich los war. Erstmal gehen wir mal trennen. Wir müssen jetzt die Elektronik wieder einschalten. Wo war das noch? Ich muss erstmal gucken wie die Steuerung hier war. Drück nochmal Tab. Wir haben alles im Detail und so alles. Ja. Hab ich hier noch mal ne Karte? Ähm. Fink logisch für Map. Äh, wo müssen wir hin? Nach rechts da zur Transformatoraum hier. Transformatoraum. Kann ich hier markieren. Ich sitze so am Weg mit gezeigt zu kommen. Ok, jetzt ist mir hier rüber, dann rechts durch die Türen. Komm ich da durch? Nein, glaub ich nicht. Du musst dann durch den Zwinger nochmal durch. Oh, leck mich doch. Hey, lass nur noch einen Hund. Alle getötet. Hihi. Das ist dahinten. Der war ziemlich langsam im Rennen. Das ist doch dahinten. Äh, hier oben. Hmhm. Hat da eigentlich irgendwas aktiviert gemacht beim letzten Mal, das hier jetzt irgendwo passieren könnte, ne? Kommt das nicht jetzt? Ja. Ich sagte dir, die Hunde ist gleich weg. Ich sagte dir, die Hunde ist gleich weg. Also. Also. Einmal. Ja, ja. Find doch noch diesen einen da. So, jetzt wieder hier. Ne, ich guck, du musst durch die Tür. Jetzt hier durch. Ah ne, das ist anders als die Leichenhalle. Da müssen wir wahrscheinlich auch später noch durch. Bei mir schon? Ja, Transformatoraum. Und hier? Hm. Einschalten. Ich geb das. Gut. Ähm. Abbrechen. Scheiße. Mich unruhig, dass du das... Guck da noch mal hin. Ja. Ich dachte, kurz vielleicht stehen da im Bereich, wie viel was das ist, aber ne. Steht nicht. Nein, ein guter Scheidkasten ist nie beschriftet. So, ab jetzt würd ich aufpassen. Ach. Ist jetzt schon nix. Das ist nur ein Feuerwecher. Hm 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 hm. Ich werde tapsen das Schutze. Kort die Sprechung das um es ist immer durch die Leichen Leuchten 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 Wieso Ich hab ja jetzt nicht ein Lichtgegen erschocken Fuck Lebt ihr noch Knall den ab man Messer Wir haben kein Messer Wir haben nur noch Blendgranate Oh Justin ist tot Nein Nicht das gute Justin Im Namen des verstorbenen Justin Hanson Männlich weiß man das ja halt Beobachtungen vom Personal Im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden Hände Aufgrund der Leichenstarre zusammengeprallt Sollte bald nachlassen Die Leichenstarre sollte bald nachlassen? Ist doch normal Wahrscheinlich nach Lösung des Nachlöschung des Lichts Verstorben Es hat Angst im Dunkeln Der Verstorbene war ein Kleptoman Der mehrmals in Haft saß Unglaublicherweise glaubt er sogar im Gefängnis weiter Was kann denn im Gefängnis glauben wenn er in der Zelle sitzt? Egal Gefängnismesser und so Das ist Nach seiner klinischen Diagnose entspricht Äh Sind sie durch? Nein das gute Fade Ach Leute Weißt du ob ich das erinnere? Ja Das hat die Familie bis zu sich gemerkt Und dann hat er BK Wow Das ist alles Ich muss da halt an unsere Daumen denken Oh mein Gott Irgendwo springen wir jetzt in Kölner raus oder so Äh nur fragst du den anderen auch Kannst den anderen nicht weiterziehen? Nein Nein? Schade Kann ich dir gerne überweisen Ist das klapp Oh geht nicht Warte mal zu damit ich in der Stufelötigkeit nachher habe Warte mal zu damit ich in der Stufelötigkeit nachher habe Oh man ich dachte schon jetzt kommt irgendwie ein Zombie auf dich zugeraden Jetzt hab ich dich schon voller Schocken scheiße Also das ist bestimmt auch wieder so ein Rätsel Okay Ich sage jetzt kommt der Fuck Ich glaube das ist irgendwie ein Rätsel Könnt ich mir vorstellen Hatten wir schon Rätsel hier? Komm steh auf Der hat was Eine Blendgranate Warum noch nicht? Kombinieren kombinieren Drei Blendgranaten haben wir jetzt Und stecke ihn wieder rein Stecke ihn wieder rein So So Ähm Oh Da sind ja noch mehr Irgendwo ist ein Rund drin Ah fuck Die Musik ändert sich ne? Ja Ja Ist das Michael Myers? Michael 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 ist los Andere Seite Andere Seite Andere Seite Andere Seite Deswegen fehlt er Oh ja Oh mein Gott Was? Ich wusste es Der andere auch glaub ich Der andere auch glaub ich Ja Scheiße Wieso triffst du? Du musst daneben schießen Junge Ja man Ja man das ist gut Das ist gut So muss das sein Perfekt Perfekt Was zum Das sind Softwarekugeln Deswegen überleben wir das So lange Scheiße Im Schuss Geil Ja Danke Roman Du hast daneben geschossen Ja Aber der hat mich ausgeworfen Scheiße Ja Komm Hund Jetzt kommt der Hund raus Versuch dem Hund gut zuzureden Ja Mach doch auf Mann Nein 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 Oh Geht nicht weiter Ja Du hast bestimmt noch ein Rätsel damit Das ist der da bestimmt Ähm Was zieht es jetzt durch? Lass los Und knall den ab Lass doch einfach los Und knall den ab Ich kann nicht was Du musst ihn ausziehen komplett Achso Schieß in die Mumu Hä? Was ist denn der Köter? Hä? Oder ist er gar nicht hier? Der ist in den Wänden Der ist links irgendwo Also ich schätze mal mit diesen Dingern Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Rätsel Könnte ich mir vorstellen Hier war ein bisschen drin und hier war nichts ne? Nö Kann sein dass du ein paar aufmachen musst Oder Ja aber Damit du die anderen aufmachen kannst Genau Könnte ich mir vorstellen Aber das muss ja irgendwie einen Hinweis aufgeben Und mich einfach so aus dem Novo Genau deswegen denke ich mir Ja schau mal hoch irgendwie Oh scheiße Huch Oh Zieh mich jetzt nicht weg Hi Das klappt Da war ja keine Notiz in der Leitschneide sonst so ne? Nur diese eine Ja Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was muss ich machen? Äh Die Aufgabe ist eigentlich wieder da Äh Äh Die Schlüssel zu holen Ne diese Karte Von dem Typ Ja ich hab was auch da gerade am Transformator raus Die Karte Oder warte mal Äh Wo ist mein Inventer? Tab tab Was? Ich glaub ich hab ne Idee Ich glaub ich hab ne Idee Ich vielleicht hier muss da irgendwo so ankurbeln oder so Das diese Kurbel brauchen wir glaub ich vielleicht schon beim Tor Äh vielleicht muss hier noch irgendwas aktivieren oder so Das hier muss denn drinnen Da ist das drinnen Bleibs nichts mehr Hä? ja wahrscheinlich gibt es das dass du das halt immer wieder ausschalten kannst aber du musst auf jeden fall zu dieser wieder zu diesem gefängnis und da ist auch noch nicht und das blöde ist das eine ganze munition verschossen ja das ist auch nicht viel munition so was nehmt alles gut dann mach ich nicht mehr so was ist das zucker zucker ah mein finger Ah, guck, der ist. Ich knall ihn ab. Ich muss die Moni jetzt sparen. Ach so, stimmt. Rechts. Spaß, links. Renn weiter. Wir müssen mal gucken, Einsatzwagen. Wir haben einen Schlüssel für den Einsatzwagen. Das ist durch der da. Kann sein. Da steht sich ganz offene Nummer. Da muss ich jetzt nicht hin. Ne, da muss raus, das ist ein Schein von dem Typen. Oh, Volksschwein. Ach ja, der hat den Klinik in der Zelle. Wo ist der Weg? Darunter? Oh, okay. Moin. Moin. Ach, der ist, was du oder wer war das? Das ist gerade. Das war mit Abmaher. Ne. Ach, der war ein Schalter, ne? Ach so. Ähm, ja. Jetzt zu rechts. Und die Pump kann raus? Na, der vorne, ne, geradeaus. Das ist geradeaus. Das doch? Ja. Meinst du? Dann ist diese Teile rechts oben. Rechts oben. Oh. Das ist was anderes. So, ich dachte, weil es verpacktes Elektronikteil. Deswegen dachte ich, dass die brauchen. Weil wir sollten ja auch aus dem Transport, äh, sie sollten doch holen, diese Elektronikteile. Hä? Geht nicht um den Strom. Hä, was müssen wir denn jetzt machen? Die Schaltschrankteile finden. Ach, es gibt mehrere? Wir haben Elektronikteile erhalten. Ja, wir sind aber schon überall jetzt durchgelaufen. Oder fehlt uns jetzt irgendwas wichtiges? Was ist da? Links unten? Gehen wir nach links? Da. Was ist da? Das ist der Schaltkastrober. Ach so, stimmt. Stimmt, stimmt. Stimmt. Okay, nochmal kurz bitte da dran. Ne, hinten. Hinten? Ja, also, warte, was brauchen wir da eigentlich jetzt? Äh. Keine Ahnung. Äh, mach mal untersuchen, untersuchen. Wir müssen das wahrscheinlich mal aufmachen oder so. Ja. Ach, ernsthaft. Ja. Ach so, jetzt fehlt uns noch so'n Teil. Hier oben. Äh, nein. Oder kann man irgendwie bewegen? Nein. Scheiße. Ich brauchte die Schüsse irgendwoher. Ja, wir hatten, ähm, irgendwo hatten wir eine Tür. Hier. Und da. Nein, äh. War da nicht irgendwie... Also, wir hatten mehrere... Türen mit zwei Schüsse, aber... War da nicht irgendwie hier öppend für die Tür? Hier oben? Nee, nicht hier, hier. Ähm, ich mein hier in dieser Ebene. Okay, dann. Komm. Äh, du meinst die da hinten? Nein, nein, nein. Also, ich... Geh nochmal durch die grüne Tür. Haben wir da ordentlich durch die Schüsse? Komm, ich probier's mal. Oh, ich probier's von einer Seite wahrscheinlich. Und dann ist jetzt dieser Herz... Das war ein Herz, oder? Tap, tap, tap. Geh mit, Udo. Du geh nochmal durch die andere Tür jetzt gerade. Das ist die Schüßhalle, aber hinten noch... Ja, hinten noch immer die Tür. Ich will gerade einfach abknoppen. Da, doch, doch, da. Siehste? Was? Ja. Was? 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 Was hast du denn hier auch gemacht? Was? Oh, Fick. Keine Muni. Keine Muni. Eins. Ja. Alter. Nachladen? Nachladen? Fuck. Hier ist Schluss noch. Wir können wohl den hier ja noch herstellen, ne? Ja. Mit Pflanzen und so. Nicht mit Pflanzen. Hier waren wir schon, Mario, ne? Hat leider schon alles? Ja. Okay. Wir konnten nur durch diese eine Tür durch. Jetzt können wir es. Dann lass uns mal gucken. Was brauche ich für Muni? Alles. Scheiße. Du kannst damit, du kannst. Vielleicht ist da ja Muni drin. Ansonsten hast du immer noch Flashes. Kombinieren wir nicht, ne? Nein. Mehr brauchen wir jetzt noch nicht. Boah. Sicherung. So. Ich hab irgendwas. Nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Ich bin ich halt, das ist. Ich bin echt. Da kann man nix. 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 Oh, das war. Aber der Filmgülle bestimmt ein Hinweis für einen geilen Schatz. Aber... Ah, nicht wegen der anderen auch irgendwo den Filmraum gehabt. Wo ist das noch mal... wir können wahrscheinlich über die rote tür wahrscheinlich hoch zu den anderen also können wir das ja später wir kommen wahrscheinlich später wieder zurück ja ich brauche ein bisschen zurückkommen das hat mich erschossen die notiz wo kannst du mal noch die notiz öffnen das ist nicht wichtig an die worte ja das sind tap und e so jetzt war das gefängnis schreitschrank also transportraum ist noch eins haben also wo ist der uhrenturm uhrenturm wir müssen jetzt zum uhrenturm weißt du sind das andere im transformatorraum ist eins das haben wir müssen jetzt zum uhrenturm was ist der uhrenturm kann man da durch wo da irgendwie durch da war ich ja gerade schon da warst du ja wie rot heißt es blockiert ja ok aber wenn wir uns schlüssel beobachtungsraum ne aber wie soll ich denn da jetzt hinkommen das geht doch gar nicht mehr das ist alles das ist ja jetzt mal verschlossen ne das ist ja was treten ab wir sind durch können das geht runter zum untergrund auch in augenlöser munition da herstellen ich wollte ja runter oder irgendwie geht doch das geht runter zum untergrund ein Prozent ja ich glaube dieses Rätsel wird das gibt es noch mit Umut zu das nächste Umut im Spiel jetzt können ja Umut wird dieses Rätsel lösen Scheiße nein und wir müssen auch rausführen was wir mit diesem roten Gewehen machen können wir wissen noch nicht was mit dem roten Gewehen aber pack den Film rein wo war der der war für draußen ne das ist für eins dieser Autos ich weiß nicht welches Auto wir wissen nicht ob das das ist auch was das ist da oben ähm Munition warte mal nein äh was willst du machen eigentlich 7 4 3 9 ich weiß es oh wenn oben machen müssen ahhh 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 das macht Umut in der nächsten Folge dein Einsatz ok dein Einsatz was denn achso ich bin voll müde alter ich bin irgendwie wieder müde ahhh ok ok ich machs schon ich machs schon cut mit ok hat auf roh auf auf die die Untertitelung des ZDF, 2020